Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die deutsche Wirtschaft steht gut da. Das geht einmal mehr aus dem Jahreswirtschaftsbericht hervor. Bei der Präsentation der wirtschaftlichen Zahlen für Deutschland meinten die Mitarbeiter des Statistischen Bundesamts, die Wissenschaftler hier vor Ort, es fällt schon ziemlich schwer, hier ein Haar in der Suppe zu finden. Dass es mit viel Kreativität trotzdem geht, das merkt man an den Aussagen der Opposition. Herr Ernst, Frau Drüge, wenn ich mich an gestern erinnere, Herr Ernst, dann meinten Sie ja, wir müssen jetzt die Steuern vernünftig erhöhen. Und was bei Ihnen vernünftig heißt, das ist ja klar, das heißt kräftig bei Ihnen. Und dass das der falsche Weg ist, das muss uns auch allen klar sein. Die deutsche Wirtschaft ist in einem international schwierigen Umfeld um real 1,7 Prozent gewachsen. Der wichtigste Wachstumsmotor war der inländische Konsum. So stieg das verfügbare Einkommen um 2,8 Prozent. Neben der deutschen Entwicklung gibt aber auch bei allen Unweckbarkeiten die europäische Entwicklung verhalten, in Anlass zum Optimismus. Nach 1,1 Prozent im vergangenen Jahr wird die Wirtschaft im Euroraum um 1,7 Prozent wachsen. Bei allen Problemen zeigt es eben auch, dass die Strukturreformen im Euroraum weiter zu forcieren sind. Aber die Herausforderungen nehmen zu. Wir haben es gehört. Die Wirtschaft blickt erschrocken. Ins neue Jahr hieß es beim IFO-Geschäftsklimaindex, dass schwächere Wachstum in China und anderen Schwellenländern verursachen Risiken. Auch stellt sich heraus, dass der niedrige Ölpreis Fluch und Segen zugleich ist. In vielen Schwellenländern verursacht er weitere Stabilitätsrisiken, aber natürlich auch politische Risiken. Und trotz dieser internationalen Krisen arbeiten in Deutschland erstmals mehr als 43 Millionen Menschen, so viele wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Gleichzeitig waren seit der Wiedervereinigung noch nie so wenige Menschen ohne Arbeit. Auf diese Entwicklung können wir durchaus eben auch stolz sein. Wir müssen aber gerade im Hinblick auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit die Entwicklung der Lohnstückkosten genau beobachten. Ich kann mich erinnern, 2014 hat das Handelsblatt berichtet oder getitelt, Verkehrte Welt, als der Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf diesen Zusammenhang von Lohnentwicklung und Produktivität hinwies. Das hat er heute nicht gemacht. Das machen wir gerne, dass eben auch hier eine maßvolle Entwicklung notwendig ist, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Eine auch wirtschaftliche Herausforderung ist die aktuelle Flüchtlingskrise. Der Sachverständigenrat schreibt dazu wörtlich, auf Dauer ist die derzeitige Konzentration der Flüchtlinge auf wenige EU-Mitgliedsländer nicht durchzuhalten. Es ist also auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Begrenzung des Zuzugs notwendig, auch um die Leistungsfähigkeit staatlicher Strukturen aufrechtzuerhalten. Klar ist, dass die jetzige Situation ohne die konsequente Konsolidierung der öffentlichen Haushalte während der letzten Jahre nicht stemmbar wäre. Bund, Länder und Kommunen erzielten 2015 einen Finanzüberschuss in Höhe von 16,4 Millionen Euro. Diesen Weg müssen und werden wir trotz der Flüchtlingskrise fortsetzen. Das IFO-Institut geht davon aus, dass die Kosten für die Asylbewerber im Jahr 2015 allein auf mindestens 10 Milliarden Euro sich belaufen werden. Außerdem seien die Flüchtlinge verständlicherweise ungenügend auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet. Die wenigsten kommen eben mit dem Werkzeugkoffer und stellen sich an die Produktionsstraße. Nur etwa 20 Prozent sind hinreichend qualifiziert. Es ist eben nicht so einfach, dass die Flüchtlinge die Rente für die heutige Erwerbsgeneration zahlen, wie dies Herr Oppermann noch im Sommer formulierte. Ebenso werden wir das demografische Problem in Deutschland nicht durch die Flüchtlingsströme lösen. Die Integration der Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt ist eine Mammutaufgabe und sie wird viel Geld kosten. Keine Integration ist aber langfristig noch teurer. Das muss uns auch klar sein. Aber auch die Wirtschaft ist gefordert, diejenigen in Arbeit zu bringen, die eine langfristige Bleibeperspektive bei uns haben. Es geht nicht, von einem Wirtschaftswunder 2.0 zu sprechen, sich aber bei den Integrationskosten zu verwehren. Sprache ist dabei der Schlüssel für Integration und oft ist wiederum Arbeit und Beschäftigung der Schlüssel zur Sprache. Der Bund hat bewusst die Mittel für Sprach- und Integrationskurse erhöht. Bayern leistet beispielsweise mit dem Integrationspakt einen wesentlichen Beitrag zur Integration am Arbeitsmarkt. Allein durch diesen Pakt der Bayerischen Wirtschaft und der Arbeitsagentur werden bis 2019 60.000 Flüchtlinge in Arbeit gebracht. Ich denke, das wäre auch ein ganz gutes Beispiel für die Bundesebene. Gerade jetzt brauchen wir weiterhin einen flexiblen und aufnahmefähigen Arbeitsmarkt. Beschränkungen bei Zeitarbeit und Werkverträgen passen nicht in dieses Anforderungsprofil. Natürlich muss Missbrauch verhindert werden, aber gerade hinsichtlich der Regelung von Werksverträgen sind kleinteilige Kriterienkataloge praxisfremd. Bei den Dokumentationspflichten hinsichtlich des Mindestlohns werden wir noch einmal nachhaken. Wir haben da schon einiges erreicht. Wir waren ja nie gegen den Mindestlohn. Wir brauchen aber gerade für die Ehrenamtlichen auch Rechtssicherheit. Der Minijob-Bereich muss entbürokratisiert werden. Wenn nur jeder Zweite, der 1,1-Millionen-Minijobber Bayerns pro Jahr 50-Stunden-Zettel ausfüllt, dann ergibt es aneinandergereiht eine Strecke von Papier von München nach Tokio. Und das im Zeitalter der Digitalisierung und ich glaube, dieser Bürokratiewahnsinn, denen gilt es auch hier ein Ende zu bereiten. In Deutschland dann auch wieder zurück. Wir brauchen eine mittelstandsfreundliche Ausgestaltung der Erbschaftssteuer zum Erhalt der Arbeitsplätze. Der Unternehmer ist für uns eben immer noch Vorbild und kein Feindbild. Wir investieren in die digitale Infrastruktur. Der Breitbandausbau wird von Minister Alexander Dobrindt entschieden vorangetrieben. Gerade im Bereich der Digitalisierung brauchen wir Offenheit. Wir brauchen Experimentierfelder für neue Technologien. Wir müssen Freiräume für Kreativität zulassen. Ebenso brauchen wir Regeln und einen Rahmen, welcher der digitalen Welt gerecht wird. Wir brauchen noch mehr Raum und Förderung für Forschung und Innovationen, auch für eine nachhaltige Entwicklung. Es gilt also, den Blick in die Zukunft zu richten. Ludwig Erhard sagt dazu, den Wohlstand zu bewahren ist schwerer, als ihn zu erwerben. Dieser Satz gilt auch und gerade heute. Mit dem Jahreswirtschaftsbericht stellen wir uns den Herausforderungen der Zukunft, um diese zu meistern. Herzlichen Dank. Das fordert nun der Kollege Matthias Erwin für die SPD-Fraktion.